Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, heute ist der 7.05.2021. Das Wochenende steht vor der Tür und ich bin schon eine Stunde am Arbeitsrechner unterwegs, habe schon E-Mails gecheckt, mir einen Kaffee gekocht und ein Stück Kuchen dazugestellt, was ich gleich schnabulieren werde und wie wir sehen, wie wir sehen, ist es 7.49 Uhr. Ich war heute irgendwie um 6 Uhr wach, also eigentlich wollte ich erst um 7.30 Uhr aufstehen und mir einen kurzen Tag machen, aber irgendwie bin ich dann doch früher wach geworden und um, weiß ich nicht, um 7 Uhr ging dann das Geschrei nebenan wieder los, das Kind hatte irgendwie keinen Bock auf irgendwas, ich weiß es nicht genau. Naja, es ist Wochenende, ich freue mich drauf. Worauf ich mich weniger freue, ist, dass heute Abend streamen ist, um 18 Uhr, Resident Evil 8, ist installiert, habe auch schon die Settings eingestellt, dass halt deutsche Texte sind, englische Sprachausgabe, so wie man das bei mir kennt und habe auch schon mal geschaut, im OBS alles so platziert, hoffe ich zumindest, dass das dann ohne Probleme heute Abend losgeht. Ein paar Stunden haben wir noch, ich würde sagen so 10 Stunden, dann sitze ich hier und kacke mich ein vor Angst, aber ihr seid ja da, ihr werdet mich ja unterstützen und sicherlich nicht erschrecken oder versuchen mich noch mehr zu gruseln, als ich mich schon vor dem Spiel grusel. Ja, bis dahin sind es wie gesagt noch ein paar Stunden, ich freue mich irgendwie schon auf heute Abend und dann gucken wir mal, bis 10 machen wir glaube ich etwa, so der Plan momentan, 18 bis 22 Uhr. Jo, ansonsten, was gibt es zu erzählen? Und gestern war ein langer Tag, gestern habe ich anderthalb Stunden mehr gemacht, bin jetzt bei viereinhalb Stunden plus die Woche und mal gucken, ob ich heute vielleicht ein bisschen früher rauskomme, weil ich schätze mal schon. Ja, ist ordentlich was zu tun, vertrete momentan mehrere Kollegen und das noch bis Ende nächster Woche und dann schauen wir mal, ob es sich dann wieder ein bisschen entspannt, aber ich bin guter Dinge, ich freue mich, dass ich so kompatibel bin, so multimäßig einsetzbar, also dass ich auch viele Sachen abdecken kann, wenn jetzt nicht vielleicht mit hundertprozentiger Genauigkeit, wie das die Kolleginnen und Kollegen machen, die sonst in dem Bereich arbeiten, aber zumindestens vielleicht mit 80 Prozent oder so. Ja, Elite Dangerous habe ich gestern Offstream noch ein bisschen gespielt, ich war wieder ein paar Sprünge machen, es sind jetzt nur noch 100 Sprünge bis Sagittarius A, ich werde, denke ich mal, am Wochenende oder Anfang nächster Woche noch mal 50 Stück machen, dass wir im nächsten Elite-Stream nächsten Mittwoch entsprechend dann auch in Sagittarius A ankommen, selbst wenn ich noch das ein oder andere Sternchen scannen sollte. Ich hatte ja am Anfang den Anspruch, jede High Metal Content World, was auch immer, zu scannen, aber das wird zu viel, da kommst du ja gar nicht vom Platz, kommst du ja gar nicht vorwärts. Jetzt habe ich mich darauf reduziert, nur noch Wasserwelten und erdähnliche Welten zu scannen und manchmal auch so eine, es gibt noch eine dritte Art, die relativ viel bringt. Ja, und da habe ich, wie gesagt, gestern 50 Sprünge wieder gemacht, war bei 150, jetzt bin ich bei 100 und dann sind wir nächsten Mittwoch in Sagittarius A. und dann mal schauen, ob ich über Cologna zurückfliege nach The Bubble oder ob ich später einfach noch mal eine Tour mache nach Cologna. Das wäre vielleicht auch denkbar. Ja, mal gucken. Ich will ja, wenn es geht, zum Release am 19.05. von Odyssey, also Elite Dangerous Odyssey, will ich ja gern zurück sein und das sind nur noch zwölf Tage und deswegen wird der Umweg über Cologna vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, den muss man vielleicht verschieben, muss ich vielleicht nochmal die Strecke fliegen, mal gucken. Und so viel ist es gar nicht, also ich schätze mal so 400 Sprünge, 350 vielleicht und wenn jeder Sprung eine Minute ist, dann bist du ja bei 6 Stunden bist du dann da. Ist ja kein Problem, also reine Spielzeit. Wenn du natürlich zwischendurch noch scannst und Wasserwelten und Erdwelten, Oberflächen scannen willst, dann dauert es eventuell ein wenig länger. Ja, gut. Und Displayed habe ich übrigens für Resident Evil nicht. Ich muss mal gucken, was ich da heute Abend hinhänge. Wobei, so richtig sehen wird man es eh nicht, weil ich ja, glaube ich, wieder ziemlich im Dunkeln sitzen werde. Damit ich mich noch mehr grusel. Wir gucken mal. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Freitag, kommt gut durch den Tag, kommt gut ins Wochenende und vielleicht bis später und falls nicht, dann eventuell bis morgen beim nächsten täglichen Vlog hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und bis bald. Tschüss.